Moin Moin, ich bin auf dem Weg zum Thomas, der hat heute Geburtstag und wir machen so einen Birthday Ride mit ein paar Leuten und ja, ich würde sagen, das reicht eigentlich schon als Intro. Was das gibt, seht ihr wie immer jetzt und let's go und viel Spaß. Thomas, hier, wird denn das hier? Oh, 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 alter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Guter, ist das! Anhand der! Zurück am Ende! Geburtstabend, in der Vorauf! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich oh boah Alter 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 Was waren das für eine Line? das hier unten ist noch relativ unharmonisch oh ich bin nicht so stumpf hin und her gefahren ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut So, Untertitelung. BR 2018 So, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Noch mal ganz liebe Geburtstagsgrüße an den Local Guide Thomas und wir sehen uns im nächsten Video bis dahin. Ciao!